Ich würde einfach, glaube ich, mal loslegen. Man kann ja hier kommen und gehen, wie man lustig ist. Vielleicht kommen mehr, vielleicht nicht. Finde ich gar nicht so schlimm. Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin von Hause aus eigentlich Sportjournalistin und habe einen Blog über Geschichte. Das ist per se schon mal komisch, aber es ist halt so. Und zwar liegt das daran, dass mein Großvater Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg war. Jetzt habe ich aber das, was alle anderen auch haben. Bei Zweiter Weltkrieg geht bei mir so, wer hat da noch Bock drauf? Blöderweise hat die Geschichte mich aber mehrfach stolpern lassen, sozusagen. Also sie ist mir mehrfach nachgekommen und irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn sie mir nur immer wieder über den Weg läuft, kann ich sie nicht weiter ignorieren. Und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und festgestellt, dass diese Geschichte aufgrund der Ereignisse, die wir gerade um uns herum haben, viel aktueller ist, als uns das manchmal lieb ist. Und wir eine Menge lernen können von Dingen, die wir aber in der Schule so nie gelernt haben. Das heißt, ich habe versucht rauszukriegen, was will mir eigentlich diese Geschichte sagen? Warum muss ich mich mit dieser Geschichte beschäftigen, obwohl alle schon die Augen in den Kopf rollen, wenn sie Zweiter Weltkrieg hören? Und das fing so an, dass ich einen Arbeitskollegen getroffen habe. Ich arbeite beim Deutschlandfunk, mit dem ich drei Jahre lang in einer Redaktion saß. Der ist Mitte 50 und der kam eines Tages auf mich zu und sagte, du, Nora, wir haben da was gemeinsam. Daraufhin habe ich gedacht, der will einen blöden Witz machen, weil ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, was wir gemeinsam haben. Der hatte Geschichte studiert, der macht die ganzen politischen Sachen. Ich mache halt Sport und Internet. Das passt da irgendwie so gar nicht zusammen. Und dann sagt er so, nonchalant, ja, ich habe über deinen Großvater promoviert. Und dann war ich so, wie über meinen, also, ich wusste, dass mein Großvater im Widerstand war, aber ich wusste nicht, dass er so wichtig ist, dass es Menschen gibt, die darüber Doktorarbeiten schreiben. Und dann sagte der als zweiten Satz, ich habe übrigens heute Abend eine Sendung vorbereitet über deinen Großvater. Willst du nicht was erzählen? Und dann dachte ich so, boah, ja, klar kann ich machen. Ich bin ja Familienmitglied, wusste aber auch nicht mehr, als im Wikipedia-Artikel über meinen Großvater steht. Und dann kam der Satz von ihm, und wenn dir das zu persönlich wird, dann sagst du Bescheid. Ja, gut, persönlich, keine Ahnung, ich kenne die Geschichte, seit ich ein kleines Kind bin. Mein Vater erzählt sie immer und immer und immer wieder. Der ist 86, muss man dazu sagen, also der hat diesen Krieg miterlebt und war mit seinem Vater auf der Flucht. Das ist ein etwas größerer Altersunterschied zwischen mir und meinem Vater. Und dann haben wir so erzählt in der Sendung und plötzlich sagte Matthias von Hellfeld, so heißt der Kollege, sagte, dass mein Großvater mit der Widerstandszeitschrift, die er verlegt hat, in Köln ganz viele Menschen erreicht hat und ganz viele Menschen dazu bewegt hat, sich auch für den Widerstand zu engagieren. Und in dem Moment habe ich tatsächlich in der Sendung richtig Gänsehaut gekriegt, mir ist die Stimme weggegangen, weil mir da bewusst wurde, scheiße, ich bin Journalistin. Dass wir hier sitzen und darüber reden können, dass wir frei darüber reden können, dass es niemand gibt, der uns sagt, was wir zu sagen haben und was nicht. Das haben Menschen erkennt, wie mein Großvater, die das mit ihrem Leben bezahlt haben. Das war eine so krasse Erkenntnis, dass ich in der Sendung kurz nicht weitersprechen konnte, weil ich dachte, wow, das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, der hat echt Einfluss gehabt. Das ist nicht einfach nur so eine Geschichte, die dein Vater immer erzählt und die dir tierisch auf die Nerven geht, das ist irgendwie wichtig. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, ich glaube 2014 war das im Sommer und habe gedacht, naja gut, verstehst du dich nicht so richtig geil mit deinem Vater, aber vielleicht kann er dir wenigstens die Geschichte nochmal erzählen, die er dir zwar schon 20 Jahre erzählt hat, bei der du nie zugehört hast. Und dann bin ich zu meinem Vater gefahren und habe mit ihm lange Gespräche geführt, Interviews von zwei Stunden, drei Stunden und habe das alles aufgenommen, hatte das zu Hause liegen und dachte, da schreibst du mal irgendwann ein Buch drüber. Ja, dann lag das da. Dann habe ich immer noch nichts gemacht. Und dann im Dezember 2014, als es mir wirklich richtig auf den Sack ging, dass diese ganzen Pegida-Leute auf die Straße gegangen sind und diese Gewalt, die dahinter steckte, dieser Frust und vor allen Dingen dieser Hass, der damit einherging, da habe ich gedacht, nee. Und du machst das jetzt irgendwie egal, du hast dieses Material, du fängst jetzt an zu schreiben. Alles, was du weißt, kannst du jetzt schreiben und was du noch nicht weißt, kannst du recherchieren, dann schreibst du das später auf. Dann habe ich einen Blog gestartet. Der Blog heißt Die Anachronistin. Und ich hatte einen riesen Respekt davor. Ich hatte Megaschiss, als ich das veröffentlicht habe, weil ich dachte, was denken die? Also was ist, wenn die Nazis jetzt plötzlich auf die Idee kommen und sich denen einen Blog schnappen? Ich meine, im Internet ist ja nichts geheim so. Was ist, wenn du irgendwas sagst, was jemand total scheiße findet oder wenn es auch niemanden interessiert? Alles nicht passiert, das war gut so. Und dann habe ich ein paar Blog-Einträge gemacht und mir das so ein bisschen runtergeschrieben, warum ich das mache. Und dann kam ich auf die Idee, ich bin ja Radio-Journalistin. Ich habe diese Interviews und ich kann das ja einlesen. Warum mache ich da nicht einen Podcast von? Ja, und dann habe ich einen Podcast davon gemacht, den man über Soundcloud abonnieren kann oder eben bei iTunes. Und das Besondere an diesem Podcast ist, im Blog zitiere ich meinen Vater im Text. In diesem Podcast lasse ich meinen Vater selber sprechen. Mein Vater ist eine Type. Dem kann man gut, das ist kein 86-jähriger Tatterkreis, der irgendwie keine drei Sätze gerade aussprechen kann. Der macht das schon, der performt da. Und der erzählt auch sehr drastisch, muss man sagen. Und dann habe ich diesen Podcast angefangen und wusste auch da noch nicht, was ich getan habe, bis ich auf der Republika war und jemand auf mich zukam und meinte, du hast übrigens das erste deutsche Serial im Non-Fiction-Format veröffentlicht. Dann dachte ich so, aha, gut, ja, was. Das klingt total bescheuert. Ich habe einen Podcast gemacht und wusste einfach gar nicht, was ich da mache. Ich habe halt die Technik aus meinem Job genommen als Hörfunkjournalistin und habe die auf meinen Blog angewendet und habe plötzlich was gemacht, was es in der Form nicht gab. Woher soll ich das denn wissen? Ich habe mich ja nicht damit beschäftigt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Das ist aber leider genauso passiert. Warum ich das total wichtig finde, das genau so zu machen, wie ich das da mache und nicht nur das nur lesen zu lassen. Ein Beispiel habe ich bei Viel Stoff, wenig Schlaf gefunden. Das ist ein Blog, in dem ich so ein bisschen aufarbeite, wie es mir eigentlich damit geht, wenn mein Vater mir solche Geschichten erzählt und wenn ich Sachen recherchiere. Und da gibt es einen Ausschnitt, da erzählt er über eine Frau, eine Jüdin, die mit meinem Großvater zusammen diese Widerstandszeitschriften überhaupt erst hergestellt hat. In den Niederlanden, also die waren im niederländischen Exil und die hat ein Schreibbüro gehabt. Das heißt, da wurden Sachen kopiert, übersetzt, vervielfältigt und auch in Druck gegeben. Und die hat meinem Großvater maßgeblich geholfen und ist aber auch beim Westfeldzug, also beim Einmarsch der Nazis nach Holland und Belgien 1940 im Mai verhaftet worden. Die wurde nach Berlin gebracht, ins Gestapo-Geheimgefängnis in der heute Niederkirchener Straße, damals Prinz-Albert-Allee, und wurde da gefangen gehalten. So, das ist das, was mein Vater erzählt und ich gebe euch jetzt einfach mal zwei Minuten oder ihr meldet euch, wenn ihr es fertig gelesen habt, wenn man es liest. Ihr könnt es nicht lesen, sonst kommt ihr auch gerne ein bisschen näher nach vorne. Richtig. Sind alle soweit wahrscheinlich, ne? So, das ist, wenn man das liest. Wenn man das hört, klingt das ein bisschen anders. Dann zeigt mein Vater auf die Bilder von zwei Frauen. Die eine ist Antonia Verhagen, genannt Tos. Genau, das ist die... Tos Verhagen. Also hässlich ist die nicht. Ja, sie ist die nicht. Ihren Namen kenne ich ganz gut. Mein Vater hat sie relativ oft erwähnt. Die andere Frau kenne ich nicht. Ihr Name ist Sarah Kato-Meyer, genannt Selma. Das ist auch eine Jüdin, die hat Selma Kato-Meyer, die hat ihr ganzes Büro kostenlos zur Verfügung gestellt, hat dafür gesorgt, dass die ganzen Kameradschaften, die Wirtschaftszeitschriften sozusagen verschiebt wurden. Diese Selma Kato-Meyer, die wollte erst flüchten, aber ihr Mutter war totkrank, ist nicht zu Hause geblieben, weil sie verhaftet worden. Dann hat man sie in Gestapo-Haft, hat man sie gebracht. Und ich weiß genau, wie das zu tun gekommen ist. Die ist denn, die werden an Lungenentzündung wieder zugrunde gegangen und werden in Berlin-Weißen-Siebeherdicht, ne? Wie sie schrie doch. Das ist so genau. Die hat dann totgeschlagen. Ja. Die Männer, vielleicht waren auch Frauen dabei, haben ihr nachts im Schlaf den Unterleib. Die Frauen sind danach qualvoll an ihren inneren Verletzungen gestorben. Es sind Geschichten wie diese, die mich gerade nachts nicht schlafen lassen. Mir ist es unbegreiflich, dass Menschen einander so etwas antun. Es ist feige und krank. Das passiert, wenn man das hört und dummerweise passiert mir das auch selber die ganze Zeit. Ich muss mich halt mit diesem Thema und diesem Stoff auseinandersetzen und ich kenne diese Passage. Und selbst ich stehe da und denke jedes Mal, fuck, das kann alles nicht wahr sein. Das kann nicht gewesen sein. Und deswegen ist es eine Sache, einen Text zu schreiben und eine ganz andere Sache, ihn hörbar zu machen. Wenn ich das schreibe und wenn man das liest, dann kann man schnell Abstand gewinnen. Dann kann man das schnell, ah ja, okay, das ist schwarz-weiß. Ich sehe das nicht, beschäftige mich damit nicht weiter, dann ist das weg. Wenn ich das höre und eine Emotion auch dazu höre oder höre, wie sich jemand damit auseinandersetzt, dann macht das auch mit mir was. Ich bin ja dann vielleicht sogar im Ohr desjenigen, weil der das über Kopfhörer hört oder was auch immer. Und ich finde, das hat nochmal eine andere Wirkung. Trotzdem möchte ich jedem selber überlassen, ob er das lieber lesen möchte und den Abstand braucht oder ob er das lieber hören möchte. Und deswegen gibt es das in zwei Versionen, als Blog und als Podcast. Und da kann sich jeder halt aussuchen, welche Version er davon haben will. Das ist auch nicht alles, also es sind nicht nur solche Szenen darin. Also es ist auch so, dass mein Vater, wenn er Geschichten erzählt, auch mal darüber lacht. Das sind Geschichten, wenn man die liest, dann wirken die total schwer. Und wenn man hört, wie mein Vater eigentlich mit einer Leichtigkeit darüber erzählt, bekommt das wieder eine andere Deutungsebene. Weil man merkt, ah okay, da ist jemand, der hat so einen Krieg überlebt. Und der denkt sich heute, naja, warum soll ich Angst haben? Also sterben können hätte ich schon sehr häufig und ich bin jetzt 86 Jahre alt. Was soll das? Das bringt einfach nochmal eine andere Deutungsebene da rein. Und was ich auch versuche ist, diese Geschichte, die ja so schwarz-weiß ist und total nervig und alle schon tausendmal gehört haben, so zu transportieren, dass man sie hören möchte. Dass man der gut zuhören kann, dass sie in kleinen Häppchen präsentiert ist. Weil einfach Geschichten erzählt werden und eben nicht Daten und Fakten. So, das Ding ist ja, ja, Kriegsende. Oder ich weiß ein Datum wie, ne, 10. Mai 1940, Westfeldzug. Was stelle ich mir darunter vor? Das habe ich mal in der Schule gelernt, dann weiß ich, okay, die sind da rein, die haben das und das besetzt. Und so. Mein Vater erzählt dann, wie er an diesem Morgen von seinem Vater aus dem Bett geholt worden ist. Wie er im Radio den niederländischen König hat sagen, hören, dass sie überfallen worden sind, dass deutsche Fallschirmjäger gelandet sind und, und, und. Wenn er mir sowas erzählt, bekommt so ein Datum eine ganz andere Dimension. Dann ist so ein Datum einfach real und dann kann ich mir da auch was darunter vorstellen. Also dann habe ich eine Geschichte und eine Vorstellung dazu, wie denn sowas abläuft, wenn das passiert. Und das ist auch nur eine von ganz, ganz vielen Geschichten. Aber dadurch, dass ich sie mit einer Emotion verbinden kann, habe ich einen ganz anderen Bezug zu Geschichte und zu Geschichten. So, und dadurch, dass mein Vater sie erzählt und ich sie erzähle, ist es auch keine alte Geschichte. Weil ich habe irgendwann gemerkt, na, es ist ja schön, dass es ein Datum gibt, das Kriegsende heißt. Aber mein Vater, der jetzt 86 Jahre alt ist, ist einfach schwer kriegstraumatisiert. Und ich bin mit einem kriegstraumatisierten Vater aufgewachsen. Ich bin auch mit einem geflüchteten Vater aufgewachsen. Das heißt, in dem Moment, wo ich erlebe, wie hier mit Geflüchteten umgegangen wird, im positiven wie aber auch im sehr negativen Sinne häufig, habe ich da einen ganz persönlichen Bezug zu. Weil mein Vater mir erzählt hat, wie das war auf der Flucht. Weil er mir erzählt hat, wie es war, als Deutsche an holländische und niederländische Türen klopfen zu müssen und zu sagen, Entschuldigung, können wir hier übernachten? Und das ist halt, das macht einen Riesenunterschied für mich. Das macht einen Riesenunterschied für mich, ob ich empathisch mit so einer Geschichte umgehen kann oder nicht. Und ob ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich helfen muss oder nicht. Oder ob ich überhaupt helfen kann, was ich helfen kann. Und was ich natürlich auch erlebe, ist, dass das, was mein Vater erlebt hat, in mir was ausgelöst hat. Weil was heißt das denn, wenn man von klein auf groß wird mit einem Vater, der sagt, dein Opa war ein toller Typ, das war ein Riesenheld, der hat hier gekämpft für unsere Freiheit und so. Und die Nazis haben ihn umgebracht, weil er veröffentlicht hat. Ich bin Journalistin, ich veröffentliche. Ja, da steht mein Name drunter. Und das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, dass ich ein richtiges Problem mit habe, war, als ich für WDR 2 als Social Media Reporterin on Air musste. Wir reden nicht über Politik, wir reden über Fußball. Aber beim Fußball wissen wir, ich bin eine Frau, die über Fußball redet. Und wenn ich etwas Falsches sage, dann gibt es entsprechende Reaktionen darauf. So, das ist was, wo man durchaus Respekt vorhaben kann. Aber ich hatte nicht nur Respekt, ich hatte richtig Angst. Das heißt, ich bin morgens aufgewacht und bin wirklich mit Bauchschmerzen und Angstgefühlen in diese Sendung gegangen, was aber ja völlig kontraproduktiv ist. So kann ich nicht senden, so kann ich meinen Job nicht machen. Warum habe ich denn so eine verdammte Angst? Da sind 17-Jährige, die bloggen, die legen sich mit irgendwelchen Hatern an, ja, die stehen da und sagen, ja, so und so und dir ist mir scheißegal, was diese ganzen Hater sagen. Ich würde mich am liebsten in die Ecke verziehen und dann, warum habe ich Angst, warum haben die keine? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, na klar, wenn du in dem Bewusstsein aufwächst, dass deine Meinung zu sagen damit enden kann, dass dich jemand am Galgen aufhängt, dann ist das eine andere Nummer. Dann hast du natürlich Angst. Das heißt, dieser Kackkrieg, mit dem ich nun wirklich nichts zu tun habe, ja, mit dem auch keiner von euch irgendwas zu tun hat, sorgt auch 70 Jahre, 80 Jahre später noch dafür, dass ich irgendwo zitternd in einem Radiosender stehe und Angst habe. What the fuck? So, das fand ich tatsächlich richtig krass. Und deswegen ist es, versuche ich, diese Geschichte nicht als was zu erzählen, was wahr und abgeschlossen ist, sondern was einen Prozess hat, der einen ganz langen Zeitraum überdauert und der Generationen betrifft. Und auch zu erzählen, dass Menschen, die jetzt vor Krieg fliehen, die jetzt zu uns kommen, dass man die nicht einfach wegsperren kann und mit ihren Traumata alleine lassen kann. Das bricht durch und die werden das auch wieder an ihre Kinder weitergeben. Ja, da wird ein riesen Berg an Problemen aufgebaut jetzt. Ich bin jetzt kein Problemkind geworden im eigentlichen Sinne, aber das ist schon so, dass man dieses Trauma noch verarbeiten muss und auch erst jetzt verarbeiten kann in vielen Sachen. Das heißt, ich versuche, diese Geschichte erlebbar zu machen, indem ich sozusagen die Geschichte erzähle, als jemand, der immer noch davon betroffen ist. Das war tatsächlich nicht so einfach, weil ich eigentlich immer nur die Geschichte erzählen wollte von meinem Opa, ohne mich da reinzubringen. Und dann haben mir aber ganz viele Leute von außen gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Diese Geschichte funktioniert nur, wenn du sie erzählst in deiner Auseinandersetzung heute mit dieser Geschichte. Das gelingt mir auch mal besser und mal schlechter. Ich erzähle immer noch lieber die andere Geschichte. Und trotzdem kommt es auch immer wieder, also man muss sagen, es ist total abstrus, aber es kommen ganz viele Parallelen zutage. Die Wahl in den USA zum Beispiel hat so viele Parallelen zutage gefördert, dass ich dachte, meine Güte, du musst echt aufhören, dir das einzubilden. Weil man das natürlich auch sucht in dem, was man so liest. Auf der anderen Seite gibt es Parallelen, die sind nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man sich anguckt, dass jetzt irgendwie letzte Woche noch ein 17-jähriges Mädchen, das ein G-Ab trägt, totgeschlagen worden ist, weil irgendwelche Leute glauben, das kann man jetzt einfach so tun, weil es Menschen gibt, die sagen, naja, komm, Muzzle-Ban. Das hat Auswirkungen. So, das, also so viel zum Thema, wie mache ich meine Geschichte erlebbar in dem Blog und in dem Podcast. Jetzt ist das Ding, wenn ich das blogge und podcaste, dann ist das schön und gut, aber wer findet das? Es sucht ja keiner hier, Zweiter Weltkrieg, Podcast, Zweiter Weltkrieg, Blog. Also es interessiert auch wirklich erst mal so niemanden, es sei denn, man hat eine persönliche Ansprache. Das heißt, ich investiere relativ viel Zeit in Social Media, um das in irgendeiner Form aufarbeiten zu können. Und da passieren dann so Postings wie das hier. Das habe ich noch nicht verblockt, aber das habe ich gelesen. Und zwar habe ich gelesen, den Gestapo-Bericht über meinen Großvater beziehungsweise über das Widerstandsnetzwerk, was er aufgebaut hat. Und da muss ich das Datum bewusst machen. Da steht 21. Februar 1942. Da wurde schon sehr viel Krieg geführt. Und dann steht in diesem Bericht über die Widerstandszeitschrift, der Inhalt kritisiert in hetzerischer Form die Maßnahmen des nationalsozialistischen Staates in innen- und außenpolitischer Hinsicht, wobei in erster Linie immer wieder in unverschämter Form die Behauptung der Gewaltherrschaft und die Vorbereitung des Krieges aufgestellt wird. Also ganz ehrlich, wenn man das liest, heute mit dem Wissen, das man heute hat, ist das absurd, dass das 1942 jemand in der Form hat schreiben können und auch noch ernst meinte. Also mich macht sowas sprachlos, weil ich nicht verstehen kann, wie man in einer solchen Verblendung an einer besonders hohen Stelle in der Regierung oder was auch immer so etwas schreibt, um Leute zu verhaften. Das finde ich total krass. Und dann überlege ich, okay, das steht nämlich auch in diesen Unterlagen, die haben deinen Großvater für einen Hochverräter gehalten und für einen Terroristen. Moment, wer ist gerade mal aktuell in Haft wegen Hochverrat und Terrorismusunterstützung? Da denkt man gleich an Dennis Yu-Jay. Ja, so. Das heißt, wie weit ist diese Geschichte weg? Diese Geschichte ist halt nicht vorbei. Sie ist aktuell. Sie ist vielleicht nicht hier aktuell, aber irgendwo auf der Welt und gar nicht so weit weg ist diese Geschichte aktuell. Und das macht mich tatsächlich so ein bisschen wahnsinnig, weil man nicht verstehen will, weil man wie ein kleines Kind davor sitzt und denkt, verdammt nochmal, es kann doch nicht sein, dass wir das nicht lernen. Das kann nicht ernsthaft so sein, aber es ist einfach so. Das ist so ein Teil der Realität, den ich sehr ungern akzeptiere, einfach weil sie meinen Großvater das Leben gekostet hat. Ich hätte ihn gerne kennengelernt. Und solche Parallelen gibt es immer mehr. Und es gibt auch noch mehr aus dieser Geschichte zu lernen. Weil mein Großvater ein Netzwerk hatte von Widerstandskämpfern. Das sind mittlerweile, glaube ich, um die 40 Leute identifiziert, die in diesem Netzwerk gearbeitet haben. Und der Mann, der mit meinem Großvater zusammen die Widerstandszeitschrift rausgebracht hat zum Beispiel, war A-Nationalist. Das heißt, er war eher ein bisschen rechts, war aber kein Nazi. So, fand Hitler auch doof, wollte Hitler auf jeden Fall stürzen. Deswegen haben die zusammen gearbeitet. Der war aber auch homosexuell. Wie viel wissen wir über die Verfolgung von Homosexuellen im Zweiten Weltkrieg? Nicht so richtig viel, ehrlich gesagt. Also, wenn man sich so an die Schule erinnert, dann wurde häufig gesagt, Juden wurden verfolgt, das war ein großes Thema. Und so am Rande, ja, auch so asoziale Behinderte und Homosexuelle. Das wird mit so einem Satz. Und dann ist das so, wir haben ein großes Thema. Das ist auch wichtig, muss man sagen, an der Stelle. Aber dieses andere Thema ist eben auch wichtig. Die Frage ist, warum ist die Verfolgung Homosexueller nicht größer gemacht worden? Wir hatten Paragrafen 175 bis 1994. Danach war Homosexualität strafbar. Und zwar auch nach Kriegsende. Das heißt, ganz viele Männer, die gearbeitet haben, Widerstand oder wo auch immer, konnten ihre Geschichte überhaupt nicht veröffentlichen. Und auch nach deren Tod konnte man die Geschichten nicht veröffentlichen, weil die das im Zweifel nicht ausgelebt haben, weil die Familien das nicht wussten und, und, und. Das heißt, das ist ein Teil der Geschichte, der ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Der erklärt aber manchmal in der Geschichte meines Großvaters, warum bestimmte Sachen passiert wurden oder passiert sind. Es gibt, das wird mein nächster Blog-Eintrag sein, im Juli 1937 haben, hat eine Gruppe von Männern beschlossen, wir machen jetzt diese Widerstandszeitschrift und ein paar Frauen waren auch dabei, freundlicherweise. Ja, die waren auch aktiv. Und da waren mehrere Leute zugegen. So, einige davon sind zurück nach Berlin gefahren und haben dann erstmal berühwarm erzählt, was die vorhaben. Das ist unter anderem in dem Bericht gelandet, aus dem dieser Auszug ist. Jetzt kann man sagen, die Arschlöcher, ja, die haben meinen Großvater verraten. Jetzt habe ich aber im Nachhinein herausgefunden, dass einige von denen, auch von den Nationalsozialisten, schon verhaftet worden sind, wegen homosexueller Umtriebe. Jetzt könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass dieser Verraten nicht passiert ist, wenn man meinem Opa ans Bein pinkeln wollte, sondern weil man im Zweifel was liefern wollte, um sich selber zu schützen. Das ist immer noch nicht besonders nett, gibt dem Ganzen aber eine etwas andere Deutungsebene, weil ich eine eigene Not habe, weil ich auch eine Lebensgefahr verspüre. Ich versuche mich zu retten und jemand anderen ans Messer zu liefern. Ob das jetzt moralisch ist oder nicht, mag ich überhaupt nicht zu beurteilen, weil mein Leben nicht bedroht ist. Aber das ist der Moment, wo ich denke, ja, scheiße, es ist alles viel komplizierter. Es ist alles viel, viel komplizierter. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Geschichte erzählen möchte. Und zwar anders als das, was ich in den Schulbüchern lese. Das gilt übrigens auch für die Frauen, die beteiligt waren. Selma Meier sagt in einem Verhör, dass sie verliebt war in diesen Mann, der mit meinem Großvater die Widerstandszeitschrift rausgebracht hat. Wenn man jetzt aber weiß, dass der homosexuell war und das aber woanders steht, die hätten ein Liebesverhältnis, weiß ich nicht. Und ihre Tätigkeit für meinen Großvater und für diesen Mann wurde damit begründet, dass sie einfach sehr verliebt war. Sie hat es aus Liebe getan. Das wäre ein bisschen kurz gegriffen. Die hat nämlich weit vorher auch schon in der Friedensbewegung gearbeitet. Es gab eine Frauenfriedensliga. Das heißt, die hat sich schon weit vorher und ohne den Kontakt zu diesen Männern für Frieden eingesetzt und gegen den Nationalsozialismus. Und in der Geschichtsschreibung dann nachher zu behaupten, naja, die war halt verliebt, deswegen hat die das gemacht, die konnte nichts dafür. Finde ich, erzählt ein anderes Bild von einer Frau, die politisch aktiv ist, als das, was da vielleicht wirklich passiert ist. Das heißt, was diese Geschichte vielleicht leisten kann, wenn auch nur mit einem kleinen Publikum und einer kleinen Rezeption, ist, diese Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen. Vielleicht auch, weil wir heute tatsächlich ein bisschen näher dran sind an dem Lebensgefühl der 20er und 30er, als es davor war. Man weiß es nicht. Aber so, also ich versuche wirklich, das rauszukitzeln, auch aus der Geschichte, was anders ist und das, was ich in der Schule nicht gelernt habe und worüber ich mir persönlich nie Gedanken gemacht habe im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man halt dann in Auszügen auch auf meinem Instagram-Kanal verfolgen, der auch die Anachronistin heißt. Ich versuche da immer wirklich so in Auszügen ganz aktuelle Bezüge herzustellen. Also das eine Zitat habe ich natürlich dann im Zusammenhang mit Dennis Hügell gepostet. Das hier, genau, das hier habe ich im Zusammenhang mit der Wahl von Donald Trump gepostet. Und das ging einfach darum, Markus von Blankenstein war Journalist in den Niederlanden. Das Besondere an Markus von Blankenstein war, das war nicht irgendein Journalist, der war Auslandskorrespondent. Das heißt, der hat maßgeblich über das berichtet, was in Deutschland passiert ist für Holland. Und was er dann auch noch gemacht hat, ist, der war im Ersten Weltkrieg in Berlin. Der war Corrie in Berlin. Das heißt, er kannte einen Großteil der Leute, die auch dann noch irgendwie was zu tun hatten mit der Regierung. Der hatte extrem gute Kontakte, der wusste genau, was da los war. Und in der Biografie von ihm, die seine Enkelin geschrieben hat, liest man dann so Sachen raus, wie, dass selbst er, der wusste, mit wem er es zu tun hatte, diese Person nicht einschätzen konnte. Dass selbst er nicht wusste, was da auf die zukommt, obwohl er ahnte, dass es nicht gut sein könnte. Er hat immer gedacht, naja, die Deutschen werden sich schon wehren. Das werden die nicht mit sich machen lassen. So. Ist aber ja dann doch passiert. Also selbst er konnte sich das einfach nicht vorstellen, dass das wirklich passiert. Loslade es, genau. Das ist auch so ein Teil, das habe ich dann so Muslim-Ban und so, wenn man das hört. Und wenn man dann zum Beispiel so Sachen liest, wie, sie haben keinen Anlass für einen solchen Zweifel gegeben. Sie haben sich bisher nach Absicht der Regierung an die Parteien und die Juden herangetraut, was vorher jeder als hohle Phrase abgetan hat. Sie arbeiten jeden einzelnen Punkt ab. Und die Torheit ihres Programms ist in keiner Weise ein Grund dafür gewesen, es nicht in die Praxis umzusetzen. Das heißt, selbst wenn uns Dinge als total bescheuert vorkommen, ja, wie in der Türkei wird gerade die Evolutionstheorie in der Schule abgeschafft. Das kommt uns absurd vor. Aber Regierungen machen das. Die fragen uns nicht. So. Also wie man sieht, ist in dieser Geschichte viel mehr Aktuelles drin, als es auf den ersten Blick zu den Anschein hat. Das ist nicht schwarz-weiß und das war nicht vor 70, 80 Jahren. Und es ist so, dass ich denke, naja, es kann uns heute schon doch auch noch interessieren. Und es gibt Gründe, warum wir uns vielleicht doch auch damit auseinandersetzen sollten und könnten. Genau. Wo ich das dann veröffentliche, ich durfte mich dann hier auch einloggen. Ich weiß nicht, wer gerade Nachrichten schreibt. Ist dann auf der, ich habe eine Facebook-Seite dazu. Das ist jetzt zum Beispiel mein Vater. Also ich kann dann halt die Personen auch mal vorstellen, mit denen ich arbeite. Wie zum Beispiel mein Vater. Das ist nicht nur, um Werbung zu machen, sondern auch, um auf Sachen Bezug zu nehmen, die zum Beispiel nicht in den Blog passen. Das hier zum Beispiel. Das würde ich, so einen Text würde ich nie in den Blog packen, weil das ja in der Chronologie nicht stimmt. Das passt ja nicht. Und trotzdem arbeite ich ja mit dem, was ich bis jetzt habe. Und ich habe eine Lesung gemacht beim Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Der hatte sein 25-jähriges Bestehen. Was ich, also was heißt komisch, was ich ein bisschen strange an der Sache finde. Also die bestehen seit 25 Jahren. Wir haben 2017 und die sorgen auch heute noch dafür, dass Menschen, die kriegsgeschädigt sind, entschädigt werden. Das heißt, wir müssen uns immer noch darum kümmern, dass kriegsgeschädigte Entschädigungen bekommen. Das finde ich krass. Und ich habe dann da gestanden und einen Text gelesen, den ich geschrieben habe für die Aktion Blogger für Flüchtlinge. Wo ich ein bisschen persönlicher geworden bin, wie das ist, mit einem Vater aufzuwachsen, der kriegstraumatisiert ist. Und stehe da und lese diesen Text vor Menschen, die diesen Krieg selber erlebt haben. Und denen erzähle ich, wie das für meinen Vater war, den Krieg erlebt zu haben. Und ich hatte ein blödes Gefühl dabei, ehrlich gesagt. Weil ich so dachte, kann ich denen das zumuten? Kann ich das machen? Ist das nicht total mies, die jetzt daran zu erinnern, an das, was alles scheiße war? Und die kamen nachher alle zu mir und haben gesagt, sie fanden es total super. Und ich habe mich fast geschämt, ehrlich gesagt, so ein bisschen dafür, dass die sich bei mir bedankt haben. Weil für mich war das eher umgekehrt so, dass ich dachte, na, wie nett, dass ich das machen darf. Also vielen Dank, dass ihr mir zuhört, dass ihr diese Geschichte rezipiert. Warum ist denen das wichtig? Weil die wollen, dass es auch heute noch Menschen gibt, die diese Geschichte erzählen. Die wissen, die haben nicht mehr lange. Die können nicht mehr lange dafür sorgen, dass diese Geschichte weiterlebt. Und deswegen sind die froh, jemanden zu sehen, der diese Geschichte erzählt. Das war eine Dimension, die wir haben mir gar nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die wirklich in jemanden wie mich, ich bin Sportjournalistin, eine Hoffnung setzen, dass diese Geschichte weiterlebt. Das finde ich krass. Also das macht auch einen Druck und eine Verantwortung, daran weiterzuarbeiten. Und ich habe auch nicht das Gefühl, ich tue das jetzt nur für mich, sondern ich habe das Gefühl, das ist so eine, das ist was, das man machen muss, als quasi Leistung für die Gesellschaft oder Gemeinschaft oder was auch immer. Jetzt nicht als, oh, wie toll, sondern als einen Dienst sozusagen, als Pflichterfüllung. Weil ich diese, ich habe es mir nicht ausgesucht, diese Geschichte ist halt ja einfach da. Ich habe ja nicht überlegt, wo komme ich hin, in welche Familie werde ich geboren und beschäftige ich mich jetzt damit oder nicht. Von daher, ja, sind das dann Sachen, die man halt nebenbei erfährt in diesen Social-Media-Kanälen und die vielleicht auch anderen Leuten mitteilen können, warum sie sich vielleicht mit meiner Geschichte beschäftigen sollen. So. Also weil Geschichte lebt ja auch immer von den Rezipienten. Eine Geschichte ist nichts wert, wenn keiner sie findet und keiner sie liest und hört. Dann kann man sie auch nicht veröffentlichen. Dann habe ich halt nur persönlich was davon. Das Gleiche gilt halt auch natürlich für meinen Twitter-Kanal. Also weil davon abgesehen, dass ich da natürlich auch erreichbar bin, versuche ich da vor allen Dingen Sachen zu retweeten, die mit der Zeit zu tun haben, die mit Projekten zu tun haben, die sagen, wann ich wo bin oder was ich gerade aktuell auf dem Blog gepostet habe, weil ich wirklich nicht sehr regelmäßig poste. Das liegt daran, dass ich insgesamt tausend Seiten Recherchematerial allein von Berlin-Lichterfelde habe, was Gestapo-Akten angeht. Und Gestapo-Akten liest man auch nicht einfach so runter. Vor allen Dingen nicht, wenn das handschriftliche Briefe vom eigenen Großvater sind. Das kann man so nicht rezipieren. Und das ist auch manchmal so, dass ich denke, okay, ich lege gerade so in der Vergangenheit, ich brauche wieder eine Anknüpfung ins Hier und Jetzt, weil ich sonst durchdrehe oder depressiv werde oder so. Also das ist schon so, dass ich da persönlich auch was reingebe und mich das auch anfasst. Also deswegen, ich weiß, dass wenn ich das erzähle und anderen Leuten erzähle, dass die das auch anfasst. Ich mute anderen das zu, weil ich weiß, ich kann das überleben und traue das Gleiche meinem Publikum dann auch zu. Und trotzdem frage ich mich immer, darf man eigentlich, statt unterhalten und Leute zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, Leute auch zum Weinen bringen, was einfach schlicht ja auch passiert. Das ist das, was ich euch jetzt so grob über diese Geschichte erzählen kann. Hat jemand Fragen? Es gibt sogar ein Mikrofon. Zwei Fragen an dich. Einmal kannst du die Geburtsjahrgänge bitte mal nennen von deinen drei Generationen. Und ich habe auch die letzten drei Jahre ein bisschen was erarbeitet zum Thema Kriegsenkel und so weiter. Ich habe da eine ähnliche Idee, über meinen Großvater was zu erarbeiten. Und das führt mich zu meiner zweiten Frage. Kannst du zur Recherche was sagen, bitte? Okay. Also geboren ist mein Großvater 1903, am 12.12., also 12. Dezember 1903. Mein Vater ist geboren am 21. Februar 1931. Das heißt, mein Lieblingssatz dazu ist, um das einordnen zu können, mein Vater ist ein Jahr älter als meine Oma und zwei Jahre jünger als mein Opa, mütterlicherseits. Man hat ja mal zwei davon, ne? Ja, aber der ist einfach so alt wie meine Großeltern. Um das in der Generation mal zu verorten. Das heißt, ich bin nicht eine Generation zu spät auf der Welt. Ich müsste eigentlich schon 20 Jahre älter sein. Ich bin 1978 geboren. Genau. Man kann sich sehr lange vermehren, merken wir daran. Das ist das eine. Zur Recherche habe ich Hilfe gehabt von meinem Kollegen Matthias von Hellfeld und habe so wirklich naiv in Berlin-Lichterfelde, da liegen halt sehr viele Verhörakten und Verhörprotokolle, angerufen und gesagt, hallo, ich bin die Enkelin von Theodor Hespers, ihr habt ja ein paar Sachen da liegen, kann ich da mal reingucken. Ich habe zwei Tage Zeit und bin in Berlin. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben hier knapp dreieinhalbtausend Seiten Akten. Wenn Sie sich die gerne angucken möchten, können wir ihn zur Verfügung stellen. Und dann bin ich da angekommen, dann lag da wirklich ungelogen so ein Stapel altes Papier in Ordnern. Und ich dachte nur so, oh, zwei Tage. Ich habe nicht geschafft, das alles zu sichten. Und das Ding ist, man kann das ja nur sichten und dann sagen, okay, das und das und das möchte ich gerne kopiert haben, weil man das zu Hause mal in Ruhe lesen muss, weil sonst sitzt man da ewig und ich wohne nun mal nicht in Berlin. Ich habe fast anderthalb Jahre gebraucht, um all diese Akten durchzuarbeiten. Ja, es ist ein dickes Brett, das du da bohrst. Aber es ist so, ich habe ja einen echten Job. Also ich mache das ja nicht hauptberuflich, sondern das ist ja mein Hobby neben fünf, sechs anderen. Aber das ist so, das mache ich natürlich nebenbei. Aber es war schon schwer genug auszusortieren, ehrlich gesagt, weil man sich immer wieder festliest. Weil man will das ja auch wissen, man will das ja lesen. Ich will ja nicht überfliegen und dann stehen da so Sachen wie, keine Ahnung, dann ist ein Verhörprotokoll eingeschoben von einem britischen Geheimagenten, mit dem mein Großvater zusammengearbeitet hat. Das ist nicht der Moment, wo man denkt, oh, das möchte ich kopiert haben, das lese ich in Ruhe zu Hause. Das ist der Moment, wo man anfängt zu lesen und nach einer Stunde sagt, ah Mist, da sind ja noch ein paar andere Seiten, ich muss ja noch aussuchen. Wo man sich immer vom Lesen abhalten muss. Also es ist nicht nur doof, es ist natürlich auch total spannend, aber auf so eine absurde Art spannend. Aber da liegen Sachen. Und dann sind zufällig Sachen aufgetaucht. Zum Beispiel hat ein Doktor, Professor Andreas Pretzel aus Berlin, von der Uni Berlin, ich glaube 2006 war das, in einem Jahresheft, Geschichte, Geschichtsforschung für Homosexuelle oder so. Da ist jemand auf dem Flohmarkt drüber gestolpert, weil da vorne auf dem Titel die Titelseite der Widerstandszeitschrift von meinem Opa abgedruckt war. Und alle sie sagten, hä, wie kommt, also wo ist denn da der Zusammenhang? Und dann hat man uns das gegeben und dann sind da plötzlich 30 Seiten drin, die dieses komplette Widerstandsnetzwerk, mir alle Namen nennen, mir Geschichten nennen und so, wo ich denke so, wow, wusste ich nicht. Und daher weiß ich überhaupt erst von diesen Geschichten, von den Männern, mit denen er zusammengearbeitet hat. Von 17-Jährigen, die geflüchtet sind, die plötzlich in einem Jugendheim waren, in den Niederlanden, umgeben von homosexuellen Männern. Das erste Mal in ihrem Leben vielleicht so. Und die da auch wieder weg sind, aus Gründen vielleicht. Also das erzählt einfach andere Geschichten, finde ich nochmal. Und fand das auf der einen Seite hoch spannend, auf der anderen Seite auch hoch tragisch. Weil, ja, auch mit den Leuten, die meinen Großvater aus Gründen verraten haben, empfinde ich Mitleid manchmal, weil ich denke, scheiße, ey, warum musste das denn so laufen? Ja, warum, es wäre das so viel einfacher, wenn man hätte sagen können, naja, gut, dann stehen die halt auf Männer und die auf Frauen und die machen so und die so. Wo ist denn dieses, wo ist das Problem? Ja, stattdessen wird durch eine Strafe, die sich genau da irgendwo befindet, werden Nöte plötzlich aufgetan und Menschen in Nöte gebracht, die dafür sorgen, dass man aneinander Verrat übt und ähnliches. Das finde ich total schrecklich. Achso, hattest du dein Geburtsjahrgang gesagt? Ja, 78. Ich möchte das nicht, aber ich tue das hiermit. Wie schwer war es denn für dich, deinen Vater dazu zu bewegen? Oder wie schwer ist es auch für dich, mit deinem Vater das zu machen? Also mein Vater, das ist, also es gibt immer Leute, die sagen, boah, hast du ein Glück, dass dein Vater schon so viel aufgeschrieben hat. Ich bin wirklich damit groß geworden, er hat immer schon darüber gesprochen, aber es gab natürlich auch nichts zu verheimlichen. Da musste ja kein Opa gedeckt werden, der irgendwie ein hochrangiger Offizier bei der SS war oder was auch immer, sondern das ist ja die Geschichte, die man durchaus erzählen kann und auch gerne erzählt. Deswegen war das für ihn nicht so schwierig und er ist auch häufig aufgetreten mit der Geschichte und mit seiner Geschichte dazu. Aber er erzählt sie nicht so persönlich, weil ich glaube, das packt man nicht im Zweifel, wenn man da so nah dran ist, das auch noch so extrem emotional zu machen. Es war zu dem Zeitpunkt so, dass wir sehr lange nicht miteinander gesprochen haben, also vielleicht zwölf oder 15 Jahre. Ja, da gibt es so eine Generationenkonfliktsgeschichte und was auch immer, aber es ist halt einfach so, dass man irgendwann denkt, das kann ich nicht ertragen, warum auch immer, ist auch eigentlich egal. Aber der hatte durch diese Kriegstraumatisierungen, ist er krank geworden und der ist, beziehungsweise eigentlich ist er erst krank geworden und dann sind diese Traumata aufgebrochen. Das ist auch was, was neu ist, übrigens für Altenpfleger und Krankenpfleger. Die Leute sind, es gab nicht diese Friedenszeiten, in denen Leute so alt werden konnten, dass im Alter nochmal Kriegstraumata aufbrechen. Das haben wir vorher nie erfahren. Das passierte plötzlich und dann waren Kranken- und Altenpfleger total überfordert damit, warum die Alten jetzt plötzlich total durchdrehen. Warum die klaustrophobische Zustände kriegen, wie meine Oma oder so. Das war eine völlige Überforderung, damit hatte man gar nicht gerechnet. Der Krieg war ja vorbei. Und sowas ist meinem Vater auch passiert. Und dann dachte ich halt, naja gut, also wenn er jetzt das Zeitliche segnen sollte, dann gehe ich halt hin und sage, weißt du was, Vater, komm, Schwamm drüber. So, dann hat er sich aber wieder berappelt. Aktuell ist er dabei, so eine Doktorarbeit zu schreiben. Oder hat es sich zumindest vorgenommen. Und dann haben wir einfach angefangen zu reden und tatsächlich über diese Geschichte, mir hilft das, Dinge zu verstehen und auch Sachen, die ich persönlich genommen habe, einzuordnen und zu wissen, okay, der kann halt auch nicht anders, weil es da eben diese Kriegstraumata gibt. Ich finde das total wichtig, also das zu machen. Ich würde noch weiter fragen. Erstaunlich viele Parallelen bei den Geburtsjahrgängen im Übrigen. Also ich bin Informationswirtin, was es an Archivmaterial gibt, das habe ich schon sondiert, noch nicht gesichtet. Jetzt gibt es noch zwei Überlebende, den einen kenne ich nicht und das andere ist meine Tante. Hast du einen Tipp, wie ich zu Ideen komme, was ich fragen muss? Was willst du denn wissen? Also was hast du denn für Fragen an sie? Ich habe auch die Situation, dass ich weder meinen Vater kennengelernt habe, noch meinen Großvater kennengelernt habe. Und meine Tante ist die Einzige, die da noch von erzählen kann. Ich würde, also ich habe meinen Vater tatsächlich angefangen zu fragen, wer sind denn eigentlich diese ganzen Personen? Ja, auch versucht ihn zu fragen, kannst du meinen Opa beschreiben? Das war ein bisschen naiv zu glauben, dass er noch, also weil er einfach, der war elf, als sie seinen Vater umgebracht haben und neun, als er verhaftet wurde. Da hatte der ihn schon zwei Jahre nicht mehr gesehen. Das ist ein bisschen schwierig, aber manchmal kriege ich das raus aus den Geschichten, die er erzählt. Also jetzt im letzten Blog, das Kreuz mit dem Kreuz zum Beispiel, erzählt er so ein bisschen, wie sein Vater mit ihm umgegangen ist und daraus kann ich dann so ein bisschen ableiten, was das für ein Typ war. Dass der zwar auf dem Foto da sehr ernst guckt, aber dass der durchaus auch Sinn für Humor hatte und dass ihm sein Sohn manchmal auch auf den Sack gegangen ist. Dass das etwas sehr Menschliches und sehr Elternmäßiges, wo ich so denke, so ist das Verhältnis halt zwischen Eltern und Kindern. Das macht das Ganze auch, finde ich, wieder so ein bisschen normal. Also so Alltag, damit können wir uns identifizieren. Also von daher, frag, wie die ausgesehen haben. Du kannst versuchen da einfach ein Gespräch, wie sah der aus, was hat er gemacht? Hatte der eine Macke? Wer war diese Person, dass du dich ein bisschen nähern kannst? Und im Zweifel habt ihr dann schon so einen guten Draht zueinander, dass sie von alleine erzählt. Ich versuch's. Hi. Du hast jetzt wunderschön aufbereitet, dass du halt auf deinem Blog auch einige Follower hast und die auch mehr wissen wollen. Aber so eine Geschichte mal in einen Roman zu überführen, hast du das A selber schon überlegt oder kamen aber auch Ideen zu sagen, hey, das ist eine Geschichte, hast du mal, können wir da nicht mehr hören? Ja, wir wollen ja jetzt nicht den dritten Schritt vor dem zweiten machen. Ich muss ja diese Geschichte erst mal zu Ende erzählen. Das heißt, ich muss erst mal einen kompletten Überblick haben. Es kam ja relativ viel Stoff dazu. Und das Problem ist, auch diese Geschichte über drei Generationen zu erzählen, macht eine bestimmte Erzählweise von Nöten. Ich brüte darüber, habe aber noch keine Lösung für dieses Problem gefunden, weil das auch sehr komplex ist zu teilen. Und ich muss an Stellen verdichten. Also wenn das ein Roman wird, dann wird er fiktiv. Definitiv, weil ich nicht alles so erzählen kann, wie es passiert ist. Das funktioniert einfach nicht. Also es funktioniert im Blog so, da kann man auch weglassen, da verzeiht man einem auch Sprünge und so. Aber das funktioniert nicht für einen Roman. So viel habe ich schon herausgefunden. Und das wäre quasi ein nächster Schritt, das so zu machen. Aber dafür, also ich bin jetzt bei 1937. Ich muss jetzt halt noch bis 1943 durchhalten. Da passiert noch eine ganze Menge. Und auch in Zeitbezügen und so und auch in geschichtlichen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt jemand den Venlo-Zwischenfall? 1939 wurden zwei hochrangige britische Geheimdienstmitarbeiter an der Grenze zu Venlo von deutschen Wehrmachtssoldaten gefangen genommen und nach Deutschland entführt. Und mit einem von den beiden hatte mein Großvater Kontakt. Das heißt, es gibt ein geschichtliches Ereignis und dann gibt es dazu aber einen Kontakt. Oder in den Unterlagen von meinem Großvater taucht plötzlich auf, der wäre in München gewesen. Völliger Schwachsinn. Warum soll der in München? Der hat nie wieder deutschen Boden betreten. Warum steht das in den Unterlagen? Warum glaubt jemand, er hätte ihn in München gesehen? Weil es ja dieses Attentat im Bräukeller gab von Georg Elsa. Das heißt, wenn man nicht glaubte, dass der Elsa alleine gearbeitet hat, dachte man irgendwie, na wir müssen eine Verbindung schaffen. Ach, der Theo Hespers, vielleicht war der ja in München. Und dann hat man sich das einfach so da reingereimt und merkt aber, das war eine Sackgasse und hat das nicht weiterverfolgt. Aber auch dahin gibt es plötzlich einen Bezug, weil es diese Gestapo-Akten gibt. Und das ist ja nun mal ein handfestes historisches Ereignis, was da passiert ist. Und irgendwie, so ein bisschen wie beim 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg, ist mein Großvater über Ecken immer an irgendwelchen geschichtlichen Eckpfeilern sozusagen beteiligt. Noch irgendwer eine Frage? Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und freue mich natürlich über mehr Follower und Likes auf den verschiedenen Kanälen, die ich da anbiete. Stellt da auch gerne weiter Fragen. Ich freue mich auch über Kommentare und Anmerkungen, weil man natürlich auch so ein bisschen, also gerade beim Podcast so vor sich hin arbeitet, die Leute rezipieren das, aber es gibt ja keinen Rückkanal. Den Podcast hat man gehört und dann ist so weg. Ja, ich freue mich über Anregungen, Kommentare, Anmerkungen oder einfach über ein Hallo, dann weiß ich, dass da Menschen sind, die mir zuhören. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank.